Dann schnell, mach ein Intro, Max. Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Bob-O-Band-Folge. Ziemlich spontan, weil wir gerade schon alle ready sind. Mit dabei wieder Tyra und Nephias. Hallo. Ich hätte jetzt cool gefunden, wenn er ein Dubstep-Intro gemacht hätte. Wo bin ich? Im Labyrinth, du Wuschel. Im Labyrinth. Ich dachte mir, könnte lustig werden. Kati ist so richtig geil. Max, mach schnell ein Intro. Ich hätte ein Dubstep-Intro gemacht. Wapp, wapp, wapp. Oh, es lag nicht. Das scheint... Ich bin raus, warum? Es lag wirklich nicht. Vielleicht lag es daran, dass Tyra in Offline angezeigt wurde. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Voll die Lübe. Oh Gott, ich hab was verändert. Ich hab was kaputt gemacht. Ich komm hier nicht weg. Das Level verändert sich ständig. Du kannst Knöpfe drücken und dann... Nee, du musst den Knopf drücken und dann ändert sich der... Lass mich raus. Ich will da nicht rein. Ich hab echt Angst. Was ist jetzt? Ich bin eingesperrt. Hallo? So ging es mir gerade auch um ehrlich zu sein. Oh Mann, ey. Oh Gott, ich bin ja sowas von verwirrt. Ah, mein Fahrer dann. Aber es läuft besser als. Aber es ist doch bestimmt lustig. Oh oh. Ähm. Geh weg. Was ist los in diesem Raum? Ey, wer macht denn sowas hier? Wer macht denn so ein Level? Konami. Ganz stolz. Konami. Ganz stolz. Konami. Boom. Ich mag das. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Was ist das? Ich bin da vorbeigekommen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was musst du sagen? Ähm. Ich spiele jetzt mit dem Analog Stick und nicht mit den anderen zwei kleinen. Und es spielt sich wesentlich besser. Es steuert sich sowas von viel besser. Ich spiele auch mit dem Digitalkreuz. Ja. Ne, mit dem Digitalkreuz hatte ich eben voll die Probleme. Echt? Okay. Ja. Mit dem eigentlichen Analog Stick steuert es sich viel besser. Oh nein. Nein. Bei Pro Controller habe ich das Gefühl, dass der ziemlich überreagiert. Das Ding. Jetzt sind hier natürlich keine... Oh. Oh Gott. Aber es ist nicht mehr so schlimm wie vorhin. Das ist schon mal... I like that. Ähm. Wann kommen wieder Items? Kommen die irgendwann wieder? Die kommen nur aus Blöcken raus. Die sind alle weg. Mhm. Jetzt lagts mega. Überhaupt nicht. Oh, da sind Items. Oh, geil. Ja, weil ich meine verloren habe. Oh, danke. Oh, jetzt sind... Aha. Wurschtet ihr eine kleine Scheiße mehr bekommen. Jetzt fallen... Ihr solltet vom Rand weg. Hahaha. 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 Was ist da nur geschehen? Ich weiß auch nicht. Die Bombe habe ich auch nicht mehr wahrgenommen, was da gerade passiert. Nee, ich auch nicht. Hä? 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 Hast du dich jetzt nicht schon wieder in derselben Ecke wie vorhin? Ja, es hat random kontaktiert. Ich hab's ungeändert. Oh nein, jetzt bin ich schon wieder lahm. Oh nein. Nee, jetzt bin ich zu schnell. Jetzt bin ich schnell. Wieso sammelst du denn auch immer die Totenkriffe ein? Naja, sie können ja vielleicht irgendwas cooles enthalten. Das kann sein, ja. Gib mir das alles. Oh Gott. Hahaha. Oh Gott. Völlig verrückt. Völlig verrückt. Konzentration pur hier. Ja. Alles leise. Oh Gott. Oh. Oh, Hilfe. Wo bin ich? Wieso hat Max denn schon so eine Feuerkraft? Alter. Oh, was ist los? Nein, Wosch. Hahaha. Nein. Oh, oh, oh. Ich hab überlebt. Ganz knapp. Hallo. Können wir das auch mal in meinem Tempo spielen? Nein. Wolltest du nicht lange? Nein. Das hättest du nicht sagen dürfen. Genau, deswegen hab ich's erwähnt. Sehr gut. Oh, das ist ja ein fieses Level. Das ist echt gemein. Oh, 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 oh. Nein. Oh Gott, war das knapp. Hahaha. Wer schafft das, Leute? Ich seh schon gar nicht mehr durch, wir überhaupt Bomben liegen gerade. Wuschel, Wuschel ist ganz ruhig und konzentriert sich. Hahaha. Wuschel denkt sich labert ihr nur. Komm, fack, 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 fack. Oh, 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 oh. Ja, Wuschel ist raus. Siehst du, du hast mich abgelehnt. Oh Gott. Komm schon, wir müssen Max killen. Der hat einen Punkt, der muss weg. Ja, kill Max. Guter Plan, guter Plan. Jetzt, jetzt. Yes. Nein. Richtig gut. Ah. Ah. Oh Gott. Das ist nicht zu fassen. Seht ihr mal, wie viele Items ich hatte. Killt Max. Killt Max. Ah. Nein. 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 Yeah. Killt Max, du Wuschel fällt dir in den Rücken und legt erst mit der Bombe hin. Hey, ich hab Max doch gekillt. Jetzt sind die Ecken anders. Stimmt. Leave it to me. Alright. Alright. Aber anscheinend hilft die Regel, der mit dem... Was war das denn? Was war das denn, Ty? Was war das denn? Was war das denn? Wo sind wir denn hier? Was ist denn hier los? Was ist das für ein Spiel? Können wir uns bitte lassen, was du getan hast? Und warum? Nein. Was hab ich denn getan? Weiß ich nicht. Ich muss doch auch irgendwie Geld verdienen. Aber nein. Ich muss dich irgendwie so ein bisschen einkesseln, aber da bin ich noch nicht so gut drin. Tut mir leid. Gott sei Dank. Ich gebe mein Bestes. Bist du bitte weg? Nein. Okay. Ich geh zu jemand anders. Geh zu Max. Der hat nen Punkt. Max ist gerade nicht verfügbar. Doch, da oben. Ich bin grad so hart konzentriert. Das ist gut. Ich kann dir das vorstellen. Es ist gut, dass man sie überreden kann mit Geh zu Max. Der hat nen Punkt. Oh nein! Was soll das? Nein! Oh Gott, ich bin drin. Alles ist gut. ETF, was ist da gerade passiert? Es sind zwei Leute rausgekommen. Ich weiß es nicht. Ich bin auch raus. Und Max stirbt auch. Und sie gewinnt. Nein, doch nicht. Wieso nicht? Wie hab ich überlebt? Warum hab ich überlebt? Ey, warum bin ich denn wieder raus? Ich bin drin. Ich bin schnell. Oh mein Gott, ich kann mich nicht steuern. Ich weiß es doch nicht. Das geht jetzt ab. Was ist denn bei euch kaputt? Der Leck hat gerade Max überleben lassen. Jetzt bin ich wieder drin. Was passiert hier? Wo bin ich? Ich bin raus. Nee, du bist noch da. Nein! Aber das ist der negative Effekt vom Totenkopf zu schnell laufen. Ja, ja, ja. Ich will den Totenkopf wieder haben. Nein. Hallo? Nein! Nein! Ja, nein! Oh Gott! Oh Gott, was machst du denn? Ich hab gar nichts gemacht. Wie lange da ich nicht gespawnt bin. Du bist fast, ey. Ich werde dich jetzt einkesseln. Warte mal. Nee, wir müssen Max... Obwohl, es ist egal, wen wir töten. Die haben beide einen Punkt. Ja. Das glaub ich doch nicht. Wie kann man so schnell rennen? Nein! 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 Es ist nicht zu glauben. Oh nein! Nein! Ich bin hier eingesperrt. Wuschel. Können wir darüber reden, dass du den Knopf hast? Du drückst. Nee, Fias ist einfach mal oben auf meinen Blöcken. Ja, das klappt nicht so gut. Warte. Jetzt bin ich unten. Oh, okay. Toll, Kati und ich dürfen wieder nicht mitspielen. Ja, ist schon okay. Oh nein. Oh nein! Oh Gott! Wir können das auch friedlich lösen. Ähm. Okay, geil. Ich wollte eigentlich grad Wuschel sagen, aber... War ja klar, dass sie Fias gewinnt. Eins, eins, eins. Das fehlt eigentlich nur noch Kati. Ja, also ich finde, ihr solltet mich jetzt gewinnen lassen. Einfach so rein, aus Prinzip. Ich hätt mich jetzt fast selbst umgebunden. Max, das fängt schon mal an. Ja, genau so. Das find ich schon mal gut. Das find ich schon mal gut. Ich schau nach unten links und dann merk ich, dass ich... Ja, das ist bei mir nämlich auch passiert. Ja, richtig geil. Ja. Nein, Max! Was ist das? Oh Gott, ich geh mal zu. Geh mal zu. Kaum geht mehr da hin, ist die Jo. Nee, 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 Madame. So geht das nicht. Doch, so geht das nicht. Und da ist... Das ist unfair. Das zählt nicht. Das zählt nicht. Ja, weil meine vor mir lag. Ja, ich wollte grad sagen, deswegen zählt's nicht. Also für dich. Verdammt noch mal. Dankeschön! Find ich dir sozial. Ja, jetzt ist mal wieder ausgeglichen hier. Toll, Max. Welche Stimme ist das halt hier am Anfang? Das ist der Gelbe. Das ist deine eigene, glaube ich, oder? Nee, das ist der Gelbe. Achso. Eben war es auch eine männliche. Ich wollte grad sagen, bei mir war das grad weiblich. Okay, ja, dann bin ich das. Entschuldigung. Der Gelbe ist eigentlich nicht weiblich. Ist meiner nicht auch weiblich? Nee, alle sind männliche, die gerade stehen. Was? Ich bin auch ein Männchen? Hm. Hm. Die weiblichen sind die einzigen mit den Kleidchen, die du aussehen kannst. Achso, die hellblaue, glaube ich. Ja, eine hellblaue und noch eine. Oh, Teufel hat's auch. Ähm. Ich hab's aber auch drauf angelegt. Bitte nicht den Knopf drücken, das wär jetzt grade echt scheiße. Danke. Hui! Wollt jetzt aber einer wissen, ob das immer noch kacke ist, ob man den Knopf, wenn man den Knopf drückt. Nein! Oh Gott! Da hatte ich aber grad Glück. Oh Gott! Oh, ich dachte, ich wär das. Oh Gott! Oh mein Gott! Nein, alles gut! Max, nein! Ich wollte grad sagen, meine Explosionskraft ist, glaube ich, die reicht bis zum Ende. Oh, was zur Hölle? Na, bis zum Ende reicht's nicht ganz, aber... Oh! Oh shit, mach's nicht fertig! Ich versuch's! Lass sie uns einkesseln! Nein! Genau so, lass sie uns einkesseln! Oh mein Gott, ich bin drin! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Warum bin ich drin? Weil du mich erwischt hast. Ach cool! Oh nein, ich bin schon wieder langsam. Oh nein, oh nein, oh nein. Geh weg, Max, geh weg! Oh, geh doch weg! Lauf mal! Das ist doch nicht dein Ernst! Kann mal irgendjemanden Max killen, bitte! Anker! Geht das schon wieder? Nein! Oh, fast! Oh, ist hier ein Item, wo ich hier rankomme! Oh mein Gott, ist das... Tja, Max, lass jetzt! Hau die Bombe weg! Oh mein Gott! Jetzt hab ich den Scheiß fluch! Der Max ist wahnsinnig! Der Max ist wahnsinnig! Leg die Bombe! Leg sie! Nein, 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 nein! Ich leb noch! Oh, ich leb noch! Ich leb noch! Ich bin noch nicht... Es ist noch nicht vorbei! Nein! Oh! Oh mein Gott! Was ist los mit diesem... Oh Gott! Jetzt bin ich da oben! Ey, ihr wollt mich verarschen! Du musst den Knopf drücken, sonst gewinnt er! Okay! Oh Gott! Ach, ich hab echt Angst! Na, frag mich mal! Die Spannung! Oh Gott! Oh Gott! Ich hätte mein eigenes Dimmel! Das gibt's gar nicht! Ich will immer stehen bleiben, aber er rennt einfach weiter! Immer will ich stehen bleiben! Oh Mann! Oh Mann! Ja! Ja! Dem nehmt nichts die Stimmung! Ich find den super! Ich mag meinen grün! Ja, der ist auch süß! Ja! Es gibt ein Item, bei dem hab ich keinen Plan für was das ist! Was denn? Ähm... Ich sprech's gleich an! Das ist dieses... Keine Ahnung! Seht für mich aus wie so ein... Ja ne, das ist Feuerkraft! Das ist Kicken! Das ist ne Bombe mehr! Ich kann's nicht nur beschreiben! Der Boxhandschuh! Sieht aus wie so ein... Der Boxhandschuh! Ja, was macht dann der Boxhandschuh? Äh, da kannst du mit die Bomben wegschlagen, wenn du ähm... Y drückst! Ah! Dann kannst du das hier machen! Und der Rollschuh? Der macht dich nur schneller! Der macht dich nur ein bisschen schneller! Okay! Nein! 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 Genau das Item jetzt, wo ich davor steh! Das hier! Dieses komische! Das ist Kick! Ah! Für mich klingelt's, aber es ist mir egal! Es ist mir egal! Was ist das? Oh, was?! Der Kick ist ja mal legendary! War richtig reingekickt! Wir haben uns so richtig schön beide weggekickt! Danke für die Item-Erklärung! Wow! Ich erklär nie wieder Items! Oh, Mann! Gereich! Für was sind eigentlich diese BP? Äh, damit kannst du diese, äh, Kleidung kaufen, wie ich zum Beispiel... Ach so! Ich brauch 500 Punkte, um aufzusteigen in der neuen Liga! Obwohl, es kann auch sein, dass hier die BP jetzt, äh, für diese Rang-Sachen sind, und es sind auch andere Credits heißen die, glaub ich, eigentlich... War das jetzt eigentlich schon zwei Runden, oder haben wir jetzt einfach nur ewig für die erste Runde gebraucht? Nee, eine! Wir haben einfach nur ewig gebraucht! Ja, dann haben wir doch perfekt wieder eine Folge vor! Ja, ist okay! Ja! Ja! Tja, so schnell kann's gehen, liebe Freunde, dann so verlassen und neuen Raum erstellen! Die Folge, die Folge fing an mit, Max mach mal ein Intro, Max mach mal ein Outro! Genau! Ich sag einfach nur, war mega lustig und, äh, gewonnen! Viel Spaß! Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal, Leute! Tschüss! 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 Tschüss!